Frau Dr. Sturm, die Redaktion hier von 3 nach 9 bei Radio Bremen hält es für eine gute Idee, dass ich als Dienstältester das Gespräch mit Ihnen führe. Wann sollte man denn tätig werden, an Ihrer Meinung nach? Wann sollten die ersten Eingriffe erfolgen? Also ich bin großer Verfechter von der Prävention. Das heißt, auch jüngere Menschen sollen sich gerne bei mir vorstellen und entsprechend vorbeugen. Alles, was nicht zum Hängen kommt, was man vorbeugend liften kann, alles natürlich ohne Operation, das wird auch nie runterhängen. Gibt es hier in dieser Runde noch irgendjemanden, der Sie nicht braucht, Ihrer Meinung nach? Um es Giovanni zu ersparen, könnten Sie ja vielleicht mal sagen, also gehen wir mal davon aus, ich komme zu Ihnen jetzt mit fast 36. Das ist vorgeschobene Barmherzigkeit, Judith, jetzt zum Ausdruck. Sie dürfen es an mir durchexerzieren, Sie müssen es nicht an Giovanni machen, weil Sie sprachen ja auch von Prävention. Alles noch gut, ist alles noch gut. Alles okay? Männer dürfen auch Falten haben. In Ihrem Gesicht fällt mir zum Beispiel auf, der Kinnmuskel, der wird immer stärker. Und wenn wir uns an die Krimsmärchen erinnern, die hexen sie ja hinterher immer so aus. Siehst du, Judith, wer anderen an der Grube gräbt. Ja, aber das kann man ja präventiv verhindern. Ich habe so ein ganz energisches Kind, das bleibt mir auch. Ja, vor allen Dingen beim Sprechen, vorstellen, dass da, wo jetzt die Liebe verloren gegangen ist, Sie wieder aufpolstern. Warum lachen hier alle? Das verstehen wir. Rolando Grimassen schreit. Sie haben alle noch nicht den Leidensdruck. Aber ich habe sehr viele Patienten... Ich höre, ich höre, und da Augenbrauen können auch nicht was... Alles. Mit keine Kränzen, die selten. Frau Sturm, wir haben Sie jetzt live hier erlebt und in Bewegung mit Mimik. Ich würde sagen, Sie kommen in 20 Jahren noch mal wieder. Und verendet. Ja, wenn Sie dann immer noch Ihr Gesicht bewegen können, es nicht zu einer Maske erstarrt ist, und Sie auch nicht degeneriert sind von dem ganzen Nervengift, was Sie sich spritzen, ja, dann haben Sie möglicherweise noch ganz viele von uns überzeugt, und die anderen lassen wir einfach... Und du passt schön auf Deinen Kinn auf. Genau. Das halten wir bei. Danke. Danke. Danke.